So, willkommen zum zweiten und hoffentlich letzten Teil auch von Doom Eternal Madden 19. Ich hoffe mal das zweite Teil wird nicht so katastrophal wie der erste Teil. Und vor allen Dingen hoffe ich mal die Sonne ist langsam mal gnädig. So, okay. Wir waren gerade dabei von einem Imp über den Haufen geschossen zu werden. So, ich höre wohl viele Imps. Und alle wollen aufs gleiche, mich. Ich fick mein Lieben. Was zur Helle. Oh Mann, Alter. Nein, nicht noch einer, nicht noch einer, nicht noch einer. Hilfe, ich geh raus. Tschüss. Kacket jemand auch noch. Alter, wie kann denn sowas? Meine Güte. Schlafen. Wo denn? Ich schieße zwei, äh, ein und zwei sterben. Was ist denn los? So, hier geht's auch wieder runter. Genau, da geh ich auch noch nicht hin. Ich will erstmal hier oben eine Ruhe haben. Oh, Alter. Genau deswegen. Da hin? Ich sag's dir, ich erkenne gerade so wenig auf dem Bildschirm. Das ist ein Albtraum hier gerade. Ja. Jetzt wird's runtergefallen. Danke dafür. Ob man nicht gespeichert hat, danke dafür. Ich bin nochmal in die richtige Kraft hier. Nein, ich bin mal in die Gäste. Ich bin ein Albtraum. Alles will ich mich gleich. Ich bin ein Albtraum. Ja, ich bin ein Albtraum. Wir können ein Albtraum schaudern. Machen. Noch einer? Ich weiß nicht, worüber der Schatt jetzt gerade getan hat. Ich wollte hier nicht runter. Kommt der wieder hoch oder so? Oder bin ich jetzt hier unten? Und da, wieder da. Bitte, oder? Nein. Ich weiß nicht. Oh, wieder da. Oh, nö. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie die in mir ist. Leidhaft ist losgekommen. Oh Mann, Alter. Oh klar. Halt doch hier so noch und noch. Nein. Alter, ich hole dich tot. Äh, hat das gerade dich getroffen oder was? Wir haben immer noch 100 Herzen, 100 Leben. Äh, 100 Herzen, 100 Rüstung. Da musst du es wohl gerade ein bisschen verfüllt haben, kann das sein? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, ey, das war, ich war, ich war, ich war perfekt in Position. Wobei ich garantiert Evi nicht getroffen hätte, also ich meine, ist ja mittlerweile Standard. Oh, hab getroffen. Nein, 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 von wo? Du Wuhre. Alter. Ja, wo kommt der denn schon wieder her? Kann man spawnen hier einfach Wendem oder kann man gerade von da zum Beispiel? Ähm, okay. Alter, das gibt es doch gar nicht. Also es gibt manche Sachen, die sind in Ordnung und manche Sachen, die sind einfach nur illegal. Oh, das haben wir hoffentlich alles, hier können wir mal hier runtergehen. Da ist was blaues. Okay. Wir brauchen aber so einen blauen Key. Hier brauchen wir aber was gelbes. Wir haben weder was blaues noch was gelbes. Was auf Deutsch so viel heißt wie in unserem Arsch. Ach ja, hinten war ja was blaues. Ah, klar, hier kommen wir rum jetzt. Ah, okay, das ist geil. Hä, wir kamen hier von... Wir kamen hier schon von Anfang an rum? Hier kommen wir nicht. Von wo jetzt schon wieder? Von wo? Bitte von wo? Hallo, von wo? Von wo? 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 Hallo? Ach, du Scheiße. Wollt mich ruinieren? Ach komm, ist der Wartier. Kann ich hier? Ja, kann ich. Danke. Ein bisschen Splash. Damage schadet nie, habe ich gehört. Den beidem noch? Was ist denn das für... Was ist denn das für Arschlöcher? Ja, ich sehe den Kakodemon. Ja, ich habe den Arschwald gehört. Äh, den Arsch... Äh, den... Hä? Oh, Krieg! Krieg der Sterne! Yay! Den... Wevenant, Wevenant, genau. Wahrscheinlich der, der irgendwo noch da oben rumlangert. Ich habe keine Ahnung. Warm. Danke für deine Hilfe, aber du musst leider trotzdem sterben. Wobei du dich gemisch gewandt hast. Arschloch. So, die Frage ist, wo wir jetzt hin? Ähm, also hier waren wieder Gegner. Das heißt, vielleicht geht es hier in der Richtung weiter. Ähm, ich gucke nochmal bei der anderen Seite. Ähm... Oh, diese langen Wege hier auch immer, Alter. Da ist... Du bist hier nur am Rumrennen. Ach, da waren Raketen. Ah, gut. Später. Wir waren da garantiert nicht zum letzten Mal. So wie ich mich schon mal Glück kenne. So, hier hinten war ja auch nochmal. Genau. Sind das hier auch wieder Gegner oder ist hier noch Ruhe? Ja, hier ist noch Ruhe, Pot. Okay. Ich gehe mal kurz einfach mal runter. Vielleicht hat sich ja mittlerweile irgendwas getan. Was unserer Aufmerksamkeit nicht entgehen sollte. Ähm... Ich sehe aber gerade nichts. Was ist denn der Kackwebber denn? Der ist auf der Seite hier, oder? Oder habe ich meinen Kopfhörer falsch rum? Nö. Äh, Hilfe. Warum sieht er uns, obwohl wir ihn nicht sehen? Wo ist denn der? Hallo, wo ist denn der? Er kriegt ne Krise. Ja, okay. Also, ähm... Was machen wir denn jetzt? Wir sind irgendwie da rauf. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir darauf kommen. Ah, Hilfe kommt doch... Wieso? Ah, wollte ich jetzt... Wow, okay. Man muss hier schnell laufen. Das ist ja... Alter, hey. Wer erfindet so einen Dreck? Nein, jetzt, hey. Nicht in die Map. Die Map ist ultra geil. Aber, ähm... Darauf zu kommen... Ist natürlich, äh... Alles andere als geil. So, jetzt haben wir was Blaues. Jetzt müssen wir wieder unten da unten rein. Ähm... Weil da war ja was Blaues. Ähm... Da... Neue Gegner? Nein, gar nicht. Gar nicht. Sehr gut. Ähm... Das geht gar nicht raus. Hä? Och, Leute. Ich habe doch Blauen Key. Ich fände dich ins Knie. Ja, muss ja gerade sein. Hat sich gereimt. Leckt mich. So, hier ist was Blaues. So, jetzt haben wir wieder alle Raketen voll. Sehr sch... Ach, du Scheiße. Ich wollte doch verarschen, Alter. Ihr wollt mich doch ruinieren. Danke. Ja, komm her. Eigentlich haben wir hier so eine schöne Schießscharte. Das macht die Sache etwas angenehmer. So, jetzt müssen wir noch diesen roten Koloss da wegbekommen. Ich glaube, ich nehme dafür reifend mal Raketen, weil da gerade welche sind. Ich finde es ingerde so, 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 so Dreipack dafür verschwinden. das bleibt alles so wie es ist und jetzt ist ja noch kurz so ist ganz geil so jetzt hat der station beschubbt die blaue die blaue dinge oben vielleicht geöffnet kann das sein nein immer noch nicht wie kommen wir denn hier weiter okay was würde nicht denn hier von jetzt geöffnet gerade ja Das ist ein Schalter, den ich nicht gesehen habe, oder so? Ich meine, hier ist jetzt was Rotes. Hä? Achso. Okay, das ist bloß ein Secret. Sag mal, hier muss jetzt gerade irgendwo irgendwas passiert sein. Ich will mich jetzt verarschen. Okay, ich glaube, dieser Map wird doch um 20 Teile. Ja, hier hat sich auch nichts geändert. Wo ist dieser Kackwevernend? Okay, da oben ist noch ein Dixel-Womster, so ein weißes Viech. Da, seht ihr den? Da, da, wie heißt denn der? Hell Knight oder Baron of Hell? Aber ich vermisse die immer. Das ist doch ein Hell Knight, oder? Ja doch, ein Hell Knight. Genau, da ist er. Yay! Lamp dazu, auf den Tod. Komm, geh hoch. Hoch, hoch, hoch. Ja, sehr schön. So. Tadaa. Jetzt haben wir wieder genau ein Defizit von drei Raketen. Das heißt, jetzt können wir wieder so ein Raketen-Päckelchen aufnehmen. Sehr schön. Wobei die Ursprungsfrage immer noch bleibt, wo ist dieser Kackwevernend? Ah, ich glaube, ich weiß wo. Ich glaube, ich falle auf die falsche Richtung. Also, ich glaube, ich weiß wo. Ich glaube, ich laufe gerade richtig. Ich habe keine Ahnung. Doch, genau hier. So. Und dann sind wir nämlich hier und gehen wir noch links. Äh, rechts. Da. Jawollo. Noch einer? Warum, 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 warum immer gleich 20 Stück mit einmal? Das ist doch sowas von Betrug, ey. Okay, das heißt, wir versuchen erstmal den... Dankeschön. Wir versuchen erstmal den rechten zu erledigen und dann den unten. Oder? Macht das Sinn? Ich habe keine Ahnung. Warum kann man überall so scheiße leicht runterfallen? Das ist doch sowas von behindert, ey. Ich bin schon wieder runtergefallen, Mann. Jetzt wisst ihr, warum ich im echten Leben Tracking-Schuhe trage. Der hat bestimmt Tronschuhe an oder sowas. Jetzt muss ich da jetzt noch schießen. Ich komme nicht mit dem Raketen. Jetzt ist mir jetzt ein bisschen... Bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ne? Ein bisschen hier. Komm, das Loch. Was? Hä? Wir haben nur gar keine Shotgun-Dinger benutzt. Das ist aber ein Defizit. Mann, warum falle ich runter beim Schießen? Oh! Was? Ich will nicht mehr leben. Jetzt ist das Ding nur noch ein Fahrstuhl. Ey, noch mal. Macht ihr das eigentlich mit Praxis oder was? Wieso geht der jetzt nicht runter? Alter, was ist hier... Was stimmt nicht mit dieser Map? Was für verfickten Helle stimmt nicht mit dieser Schuss-Undage hier unten. Fick die Scheisse-Wanker nicht. Bamm. So. Jetzt noch zum Beispiel. Wo häng ich? Aha, danke dafür. Hallo, Schieß! Alter, das ist doch hier alles... So, jetzt hab ich an. Ich will sterben. So, wie nehmen wir jetzt Dinge runter? Komm! Boah, Alter! Ah! Es ist mir nicht... Da hat sich wahrscheinlich vorhin der Webinar runtergeschoben, oder was? So. Jetzt sind wir hier. Okay, hier ist ein rotes... Ach, rotes und blaues, okay. Also langsam, ne? Mhm. So, zweifel ich, dass ich die Webmark... ...ist doch schon voll da, ey. Ist doch schon... ...mutwilliges Zerstörung. So, ist jetzt die Ohrengegner direkt dahinter, oder was? Natürlich, warum auch nicht? So, was haben die Dinge jetzt gemacht? Ah, okay. Gut. Da ist ein Plasma-Spinner. Die spinnt ja wohl. Das heißt, wir können Achtung haben. Ja, komm mal richtig... Hey. Das Schlimmste ist immer, dass du erstmal wegrennen musst... ...damit du genug Zeit bekommst, um die richtige Waffe auszuwählen. Das ist immer... Boah, Alter. So, die erledige ich am besten... ...ja, noch die, doch, das... ...die mache ich mit Raketenfelsich, alles andere macht hier keinen Sinn. Okay, ist gestorben. Ähm... Okay, das mag ich jetzt, den lasse ich erstmal so. Andererseits... ...doch, lasse ich so. Okay. So, die spinnt jetzt erstmal weg. Das heißt, ich kann jetzt darauf... ...in der Hoffnung, dass das dort irgendwas... ...gibt's was, die ganzen... ...Schmach und Kränkung und so... ...rechtfertigt. Und ich sehe grad nichts. Ach doch, hier kann man... ...ah, ja, hier kann man jetzt rüber. Bande. Ach du Scheiße, Alter, ich muss hier auch mal... ...ah, scheiße. Alter... ...diese man... ...billig gaga. Okay. Ähm... ...hier ist auch noch... ...what the fuck. War der schon immer da? So, hier ist auch noch mit hier. Ich hoffe, wir öffnen ich die. Oh, da finden wir ja... ...wieso... Ach du Scheiße! Hallo, was war's, ne? Achso, wo ich nur noch einen im Lauf hatte. Ja gut, das war natürlich... ...ääh... ...und noch einer... ...habt ihr es heute mal oder was? Oh, 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 oh... ...alter, nein, nein, nein! Warum, selle Hölle, hat sich das Ding jetzt grad geöffnet? Der sollte sich irgendwo... ...alter, was ist denn jetzt schon wieder los? Hä? Ich schlag dich... ...so was von hart tot? Oh mein Gott. Eigentlich gibt es jetzt 20.000 Raketen, die überall rumliegen. Weißt du was? Ach ne, das funktioniert ja glaube ich gar nicht. Das funktioniert, glaube ich, nicht, soweit ich weiß. Ich probier's einfach mal ganz kurz. Okay, es funktioniert doch einigermaßen. Warum die spinnen? Die spinnen ist das kleinste Problem. Okay, dann mach ich die erstmal manuell fertig. Du kannst aber stehen. So, okay. Okay. Und jetzt... Jetzt müssen sie tot sein, oder? Perfekt. So, jetzt kann ich wieder hier, äh, ne? Tot? Nein. Jawoll! War doch gar nicht mal so schlecht. So, was ist jetzt hier drinne? Ein böder Junge auf jeden Fall. Ich korrigiere zwei böse Jungs. Drei böse Jungs. Ich bin ja immer mehr, jeder mal. Vermähnen die sich, oder was? Okay. Äh, wir sollten auf jeden Fall mal anfangen, wirklich doch mehr Raketen zu verwenden. So viel wie rumliegen. Oder wir brauchen die noch, weil später hier noch 20 Cyber, die man auftauchen. Und das kann natürlich auch der Fall sein. Und das kann natürlich auch der Fall sein. Weiß man ja vorher immer nicht. Siehste? Das... 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 Das waren braubere Treffer. Warum könnte ich jeder Treffer einfach so perfekt sitzen, wie die beide gerade? Meine Fresse. Boah. Das wäre das Leben so einfach. So ist der Revenant. Da oben ist der Revenant. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich von hier aus angreifen. Ist wahrscheinlich effektiver. Ja. Das war wesentlich effektiver. Ja. Habe ich gerade noch einen gehört? Das hat doch gerade noch jemand geschossen, oder? Oh. Da hinten ist noch... Oh, Alter. Oh, kannst du nicht noch was zu suchen? Ja... Die Scheiß-Motition wollte ich gerade nicht aufheben. Keine Ahnung, wie viele ich gerade habe. Hallo? Danke. Äh... Ne. Das ist eine Verschwendung. Das heißt, ich muss... Ach, du heilige Mutter Gottes. Der ist gerade voll daneben, ey. Klar, macht die Wand hinter ihm kaputt. Hopsie, er lebt noch. Hallo? Oh. 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 Da komm, bleib ich stehen. Schön, schön bleiben. So. So, das Schöne ist, die Frise sind extrem berechenbar. Zwei Schüsse und die sind weg. Von daher geht das. So, was ist jetzt hier? Was bekommt jetzt hier keiner? Außer wie auf die Fresse? Ach, hier oben bin ich jetzt. Ah. Ach, nö. Hab ich mir irgendwas mit Cyber-Demon gesagt? Ey, ihr wollt mich doch ruinieren. Jetzt hab ich nicht gesagt, dass er herkommt. Ne, er scheint so, als wenn er sich nicht vom Platz wegbewegen kann. Ja, doch. Ja, er steckt fest. Sehr schön. Da kann ich ja doch ein bisschen als Strategie verwenden, Alter. Ja. Okay. Ich kann doch von hier kämpfen, oder? Ah, nee, hier. Hier kann er sich also bewegen. Okay, ich muss also... Ich könnte hier oben gerade ein Wunderschutz schützen. Fuck. Hallo. 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 Können Sie bitte stehen bleiben? Ich glaube, wir haben jetzt einen großen Teil der Raketen, die in der Map verfügbar sind, auch aufgebraucht. Also, sollten wir jetzt doch nicht mehr so viele Raketen verwenden, ähm, sondern uns lieber auf alternativer Kriegsführung konzentrieren. So, das haben wir hier jetzt weg. Was haben wir zu verwandeln? Hallo? Wie wär's nochmal schießen? Ey, das ist bei dieser Minigun, wenn du die anspinnst, und der direkt nach dem Anspiel-Tasse drückt, der direkt geht ja teilweise nicht. Ist ja sowas von behindert. Ist ja sowas von behindert. Also, erst anspinnen, und dann Tür aufmachen. Geht doch. Meine Güte. Oh oh. Äh, schieß, 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 schieß. Genau, 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 genau. Nein. Au. Wow, das war gerade ultra dumm. Das war gerade dumm. Okay. Da kommt ein bisschen. Schade. Ein bisschen, oder was? Ja. Boah, was, 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 was? Boah, alter. Fucking Archweil schon wieder. Ja, da hinten ist ein Archweil. Oh, Mann, ey. Was? Wie kann er uns so schnell... Allerweiter brauchen wir wenig länger, bis die einen... ...drillen. Das ist defremierend. Klar, der schießt natürlich direkt hinterher, imte. So. 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 So, jetzt muss ich mir überlegen, ob ich diesen Arsfall wegbekomme. Ach komm, einfach rakaten. So, ich will hinterher stehen, damit ich schön schnell weggehen kann. Lebt er noch? Nein. Sehr schön. ok wo bin ich denn jetzt schon wieder ah oh nein oh nein oh nein ich stehe direkt davor und Chef schon wieder wenn man nicht für zweimal schießen treibt auf deine Fresse ihn zu erledigen oh geht doch von wo da hinten oh mann oh mann oh mann ist das ein Teleporter oder ja ja aber eine doch gut scheiße äh warum so viel wird einmal hier wo bin ich denn jetzt gerade überhaupt außer es bin ich wieder hier hä kann ich doch wieder weg oder so okay ich bin wieder weg Chef schon okay okay No, 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 Go, 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 Go! Treffen will auch gelernt sein. So, wo bin ich jetzt hier? Ah, okay, jetzt weiß ich wieder. Okay, 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 okay. Was noch? Die Frage ist, wo muss ich jetzt... Ach so, siehst du, ich habe jetzt gerade die gelbe Karte bekommen. Mit der gelben Karte... Ja, mit der gelben Karte... Ach du Scheiße. Mit der gelben Karte kann ich jetzt zu diesen komischen Dingen laufen. Was warst du denn? Ich habe doch hier gerade... ...vermeinen die sich hier, oder wie? So, wie komme ich jetzt nochmal, ähm... Perfekt. Ich weiß immer noch nicht, wo dieser Kack Revenant ist. Aber das gefällt mir echt nicht. Komm halt her. Sonst noch einer? Ja, noch einer. Noch ganz viele, wie es aussieht. Nein. Nein. So. Gucken wir mal. Ah, das war mein Alessauer. Der Herr Revenant. Der Herr Revenant. Ich erreche nicht. So. Das ist mal Feierabend hier, ey. Ist ja eine Lernbelästigung, mit der er da macht. Aber wieso habe ich den da nie gesehen? Weil... War der immer genau auf der Seite, wo ich gerade nicht war, oder was? Ist ja schon, ne? Also ich meine... Zufälle ja. Aber das... Das war ja schon, äh... Der ist ja ängstigend. Oh, oh. Oh, Alter. Oh, ey. Du willst mich verarschen, ey. Das ist... Dieser Baum ist davor. Das Medikit ist davor. Der läuft immer genau so, dass ich ihn nicht sehe. Hier. Es ist doch... Was ist denn da schon wieder los? Stimmt mit dem Fall nicht, oder was? Oh, oh. Was ist denn da? Geht doch. Wow. Na komm. So. Was... Bringt der Baum jetzt hier? Ähm... Hat der jetzt hier irgendwas gemacht, das für mich irgendwie kein Vorteil wäre, oder so? Oh, was kommt der jetzt auch nicht? Hä? Hä? Geht auch immer noch zu? Kommt der auch nicht rein? Ach, Leute. Ha. Ah. Oh, Leute. Ah. 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 bitte redet mit mir gut versteckt also muss man schon hä? achso ich dachte das Ding ist jetzt auf ach man warum einfach wenn es so kompliziert geht? gibt es noch einen Schalter oder was? ne ne vor allem für die hat vielleicht irgendwelche üps irgendwie sind die schon wieder alle rum oder was? ja also ich hier keine ok gucken wir uns noch ein bisschen auf der map rum ja dann ist noch ein raum aber da habe ich ja geguckt die können wir von uns aus gesehen nicht öffnen das heißt es muss irgendwo noch irgendetwas geben wir müssen schon wieder wissen was das ist und ob es das überhaupt gibt das ist zent deprimiert und hochfreudig illegal so was haben wir denn noch? ne da hinten sind noch zwei räume ok gut wir gehen erstmal nochmal versuchen erstmal nochmal zurück zu wo bin ich jetzt überhaupt? da lego mio ähm versuchen wir dann nochmal zurück zu gehen und zu gucken ob wir Dinge für irgendeine stellen nicht wo soll ich auf die nächste ja? hä? ich blick das nicht ich blick das nicht ok das heißt kommen wir erstmal nichts weiter ähm wo? genau dann gehen wir erstmal brav zurück und gucken mal was wir hier noch so anderweitig machen können hier haben wir ja alles ne? genau da waren bloß die beiden Dinge und die haben wir beide ja ach da wow da war auch noch ein Schalter ey der wollte mich doch grad hier ne? also äh sequestration ist was haben den was hat der Schalter jetzt grad gemacht? der lebt noch? warum lebt der noch? oder oder sind das noch mehrere? ja was oder was oder ist der ein Archweil der die immer wieder belebt? the question is wie komm ich denn wieder rauf? ok komm ne wir können einfach crashen uh oh komm wöw 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 wö messeror So, wie geht das mal hier rein? Weil hier waren nur noch so zwei kleine Räume, die ich gesehen hatte. Da hinten, aber da kommt man gar nicht rein. Ah, doch, kommt man. Okay, easy, easy, lemon squeezy. Das sind irgendwie Secrets oder sowas. Ey, komm, wir haben noch 40 Gegner vor uns. Ist doch jetzt hier nicht mehr wie, also... Oh. Easy, danke. Warum haben wir... Ich dachte, wir waren voll, was Rocket Launcher angeht. Was soll's? Ähm, danke. So, okay, also die Frage ist, was machen wir jetzt? Wie machen wir zum dümmsten weiter? Ähm, ich will nur sagen, wir räumen erstmal hier unten diesen komischen Liefermuster weg. Oh. Oh, Mann, 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 Mann. Oh, Mann, 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 Mann. Oh, Mann, 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 Mann. Das ist ja noch ein ganz viel... Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, warte, warte, warte. Fuck. Hätte so gut passen können. Aber wir wollen mich dann dazu... Oh, Gott. Aber weil ich mich dazu erst auf diese Lost Soils zu konstituieren hatte. auch ein rückzugspunkt schwanz leider ja los holz hin oder hermann fucking webbinds hin oder her die interessieren mich gerade nicht die los holz sind doch ein bisschen bekloppt ist ja im kind halt wie ich die jetzt hier erwische mann alter leute ernsthaft wo sind die denn ja nice ist halt nice ist halt geil ja 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 so, siehst du ja, gucken ah, da hat sich endlich dieses Ding da gesehen, ach du Scheiße, Alter ja, der blaue Walden ist weg, uh der war lange genug gut dauern ach, irgendwie nicht und jetzt? äh, danke dafür ja, wie war ich doch bereits was bringt dir das jetzt hier bitte noch alles ich krieg grad ein bisschen ne Krise wir haben doch jetzt alle Kies was zur Hölle müssen wir jetzt noch machen, damit wir hier weit vorankommen hier, hier, hier ist noch der Boden oh lol hm 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 so äh, persönlicherweise nein, ich muss von der Seite aus das war wunderbar, oder nicht? was ist hier gerade passiert? aber ich weiß nicht genau was hier ist hier gerade fast runter gefahren, oder nicht? oh 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 Ah, das war mir dann. Eine Krise. So. Jetzt wieder da rauf. Mann, Alter. So. Waren wir noch nicht? Ich dachte eigentlich schon, aber gut. Treib nicht. Da kommen wir gar nicht rein. Oh Mann, ey. Was zur Hölle müssen wir da jetzt hier bitte schon machen? Haben wir noch rund einen Bereich, der nicht erforscht ist? So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 programma, bummer, subtetitelung des ZDF, 2020 ... Okay, wir haben alles. Was, ein Aids-Geschwür? So, dann sammeln wir mal die ganze Muni jetzt wieder ein. Zum Glück haben wir von der hier noch eine ganze Menge Munition hier rumliegen, überall. So, wir sind zwar schon wieder voll, sehr schön. Dann können wir uns jetzt, ähm, loszuhm uns noch holen. Und dann verlassen wir die Welt. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich da rüberkomme. So, schon mal nicht. Es müsste eigentlich funktionieren, man müsste dann direkt die Prisio rüberkommen. Nur, man muss halt den Winkel richtig treffen und, ja, da bin ich halt keine so gute Kunsthübe. So, jetzt brauchen wir bloß noch dieses andere Dings da. Ob man wieder hinkommt. Ähm, eigentlich voll easy und so. Wo, auf der Seite hier, ne? Ja. Ähm, bitte einmal rüber und nicht daneben, bitte. Noch ein Versuch und dann mach ich wieder Fly. Könnte aber wissen, könnte aber. Okay. Fly. Fly me. Fly me. Okay. Thanks. Bam. Äh, da. Oh. ähm, so Alter, das war ja wieder hier ein Schrecken der Generation Oh Mann, Alter Aber wir haben es geschafft Mit einem Gamma-Wert von 1,5 Aber die Sonne ist ja mittlerweile weg Also so weit rum, dass sie mich jetzt erst mal wieder nicht stört Äh, ja Vor allem so schützt es halt, ich habe wirklich immer zweimal die Sonne Einmal kommt die Sonne genau so, dass ich bei meinem Fenster genau so reflektiert, dass er vom Bildschirm leuchtet Und dann kommt die Sonne irgendwann so, dass sie direkt auf meinem Bildschirm leuchtet Also, äh, ja Habe ich quasi morgens und nachmittags immer die Qual Aber gut Ähm, nee, probieren wir nicht mehr Jo, in dem Sinne würde ich mal sorgen Schau mit V Und dann sehen wir uns morgen zu, ja Mein Test wieder Ah, jeder Kacke, Alter Boah